Jetzt hat er Essen und deutsches Sauerkraut, das aber nicht schmeckt. Im amerikanischen Bürgerkrieg haben hessische Söldner... Ja, der Landkraft von Hessen. Der hat auch seine Leute verkauft. Das Thema ist bei Sleepy Hollow, kommt das doch vor am Anfang. Ja, der Hesse. Der Hesse, genau. Gespielt von Christopher Walken. Genau, der sich die Köpfe holt. Ja, das war ein super genialer Film. Also mit extremer Liebe zum Detail und zu dem Genre umgesetzt. Und dabei mit so einer augenzwinkerten Ironie ist das geniale dabei. In den 70ern hat man das ja verfilmt hier. Der Winter, der ein Sommer war. Das kenn ich nicht. War so ein Mehrteiler gewesen.